Mit einem Spatenstich haben am Freitag die Arbeiten für den Neubau Rathausgasse- und Molkereiplatz in Waldorf-Häslach begonnen. Beim offiziellen Auftakt waren neben Bürgermeisterin Silke Höflinger, Gemeinderat und Verwaltung auch Vertreter der ausführenden Firmen zugegen. Gemeinsam stellten sie das Bauprojekt vor, über das im Anschluss bei einem gemütlichen Imbiss weiter diskutiert wurde.